hallo youtube hallo mitspieler herzlich willkommen zurück bei nick frei zock der radsportmanager 2013 mit der etappe nummer 14 der tour de france heute ist ein hügeliges terrain auf dem wir uns bewegen müssen und wie man hier sieht es gibt einen sprint der ist hier gibt 20 punkte und es gibt einen zielsprint da gibt es 30 punkte allerdings sind dazwischen dummerweise ein call da gibt es ein punkt ein code da gibt es zwei punkte und noch ein call da gibt es wieder ein punkt also sprich etwas hügelig und hügelig bedeutet normalerweise sage an land und da haben wir mit kevin dich meistens nicht viel zu gewinnen nichtsdestotrotz werden wir versuchen möglichst weit vorne mit dabei zu bleiben mit kevin dich falls wir ihn verlieren versuchen was irgendwie auf auf und davon wir könnten es hier versuchen mal ein etappensieg einzufahren wir haben ja den ein oder anderen fahrer der eine gute durchhaltekraft hat der ein guter kämpfer ist der auch über hügel drüber kommt sollte ja eigentlich mal machbar sein dass wir mal irgendwie eine etappe gewinnen das hauptproblem warum wir bisher keine etappe gewinnen konnten erstmal müssen wir hier ein bisschen hügelrad auswählen wobei das gefällt mir noch nicht so ganz weil wir können hier durchaus einen leicht besseren hügel wert das war jetzt natürlich dummerweise auch noch als falsches setup das passt also wir können hier durchaus noch ein bisschen mehr rausholen aus dem hügelrad dachte ich zumindest aber der wert fällt gerade so 41 43 das hört sich doch ganz gut an was hatten wir vorher ich finde es echt gerade überlegen was wir vorher hatten war das ist ob so ja das was ja es ist schon das ist schon so eine sache 48 40 das ist natürlich auch nicht was wir wollen ja ich glaube lassen sie einfach bei unserem bisherigen hügel setup so schlimm war das ja gar nicht ich hätte jetzt versucht den hügel wert auf ungefähr 45 einzupendeln und vielleicht auch die berg wertung ein bisschen höher zu kriegen aber sobald ich das hier versuche sieht man wird meistens sofort der ebenenwert komplett abgeschwächt und der berg wert der gewinnt nicht wirklich wie sieht das hier aus das bringt auch nichts obwohl wir hier einen starken berg wert haben sinkt der berg wert und der ebenenwert steigt das ist irgendwie ein bisschen crazy keine ahnung das einzige was wir vielleicht noch machen könnten das sieht nicht verkehrt aus allerdings ist es schon wieder da haben wir schon der ebenenwert mäßig da könnte man jetzt vielleicht da so könnte man es vielleicht schaffen dahin zu kommen wo wir hin wollen 45 44 das hört sich doch nicht verkehrt an immer noch gute ebene aber auch einen guten hügel mit dabei gut nichts desto trotz kämen dich muss natürlich hier ist hier ein setup kriegen das falls er in den sprint kommt er eine chance hat mit dem sprint und nicht völlig auf der stelle tritt sag ich mal und des weiteren also mit solchen setups wollen wir reingehen allerdings wird das auch schwer wenn dann stege man steht man es anfahren soll naja wir werden sehen also zumindest das hauptproblem sind diese jungs hier terpstra unterdurchschnittlich pino unterdurchschnittlich schavanel und durchschnittlich kevin dich durchschnittlich frische natürlich nach so einer langen fahrt wird das immer schlechter wenn sie dann noch nicht auch fit nicht wirklich fit sind dann ist völlig um einmal das ist das problem warum wir bisher keine sprints gewinnen konnten weil ja wie gesagt terpstra zum beispiel im sprintzug schavanel im sprintzug die waren so früh platt dass irgendwann martin zu früh einsetzen musste und kevin dich dann nicht an den punkt ran gefahren werden konnte und kevin dich platt war bevor er das ziel erreicht hat so kann man keine sprints gewinnen sagen wir es ganz offen und ganz ehrlich so wie es ist das ist ein einstellungsfehler von mir den ich ganz ganz früh gemacht habe vor meiner ersten aufnahme bereits und dieses let's play einfach mit leben müssen deshalb habe ich gesagt okay komm grünes trikot geschissen drauf schaffen wir eh nicht mehr wenn wir uns das hier angucken ich glaube der gute sagan ist mittlerweile 80 punkte von uns weg und oder 70 punkte von uns weg wie auch immer also jede menge auf jeden fall also das können wir eigentlich abschreiben wir haben noch ein paar chancen in dem wir hier fahrer haben die relativ gut platziert sind in der gesamtwertung da könnte man noch mal versuchen ein bisschen angriffig zu werden wir haben einen schavanel der ein guter kämpfer ist also wenn wir da reingucken der hat kämpfen 82 kann hügel fahren hat einen guten ebenenwert das problem ist nur der mann ist nicht fit das ist charanels problem er ist einfach durchschnittlich fit und hat auch eine schlechte frische und auch da wird schwer wirklich durchzustehen also ich habe jetzt leute gehabt die waren schlechter als kämpfer wie er die habe ich über 80 kilometer mit ich glaube um einsatzbalken 75 vom feld her fahren lassen und die waren danach naja immer noch gut einsetzbar sage ich mal ich glaube das kann schavanel zum beispiel nicht der wird relativ schnell sterben aufgrund der tatsache durchschnittliche fitness also wir kämpfen hier mit stumpfen waffen wir versuchen dennoch das beste draus zu machen wir haben ja den ein oder anderen ich sag mal toni martin wertkowski übrigens irgendeiner hat geschrieben toni martin auf gesamtwertung wäre der schlechteste witz oder sowas oder ich hätte keine ahnung und so weiter ganz interessant ich habe heute im fernseher gehört toni martin strebt an sich so zu verbessern dass er irgendwann das gelbe trikot der gesamtwertung in paris noch auf seinen schultern hat also soviel zu dem thema der hat doch gar keine chance er hätte eine chance wenn ein bisschen besser im berg fahren wäre 72 im berg ist nicht wirklich die welt hilft ihm aber über die hügel zu kommen und hatten unheimlich guten zeitfahrwert und hat auch einen guten hügel wert und ich glaube auch dass es hügel zeit fahren nicht unbedingt die schlechteste disziplin von dem ist ob er die gewinnt ist wieder was anderes aber zumindest eine chance hat er so also nichtsdestotrotz wie gesagt toni martin wird häufig unterschätzt er ist zeitfahrs spezialist brauchen wir uns nicht lange drüber streiten aber der kommt auch über die berge im gegensatz zu anderen zeitfahrern es gibt zeitfahrer die kommen einfach nicht drüber die haben natürlich keine chance bei natur ich habe aber lange genug rumgeschnackt starten wir es einfach mal hier 3d mäßig wir gucken gerade noch mal welche die favoriten sind die sind rodriguez valverte martin also der andere martin der daniel martin oder daniele martin und kontator und frum und irgendwo tauchen wir dann auch mal auf allerdings nicht mehr unter den ersten 15 wie es aussieht ach es ist einfach naja wir haben einfach das falsche team was das angeht nichtsdestotrotz wir schneiden den ladebalken raus wir sehen uns gleich im rennen bis gleich willkommen in saint-pour-saint-sur-seoul von hier aus geht es für das peloton weiter nach südosten heute allerdings eher durch hügeliges gelände die 191 kilometer nach lyon führen die fahrer durch die nördlichen ausläufer des zentralmassivs der code bourguetisie und der col du pelon heben sich vom rest der strecke ab aber beide sind das was die meisten amateure eher gemächliche anstiege nennen würden und im vergleich zu dem was morgen auf dem plan steht sind sie nur kleine hügelchen ja da sammeln wir mal unsere leute ein bisschen weiter vorne ich hoffe das haut hin ich habe irgendwie ein bisschen zu nah herangesoomt ich gehe mal wieder ein bisschen raus hören wir mal ein bisschen mehr helikopter so das ist gut dass chavanel mal vorne auftaucht dem haben wir ja eventuell heute ein bisschen was vor die sammeln wir alle mal da da kommt cavendish das ist auch nicht verkehrt weil als ich mir dieses profil und die favoriten mal angeschaut habe habe ich gedacht vielleicht ist der zwischensprint für einen sprinter mit sprint punkten gar nicht mal so verkehrt weil ich glaube bis ins ziel schafft das sowieso nicht also warum großartig aufregen hier holen wir einfach den komischen zwischensprint und gut ist so hier haben wir felitz und martin ich hoffe die kommen auch mal nach vorne bevor es irgendwelche angriffe gibt martin hängt ein bisschen fest da haben wir felitz und da kommt martin so jetzt bin ich am überlegen in denen wir denn alle so ans fahrer haben pinot zum beispiel mit denen könnten wir mal dran setzen ja felitz vielleicht zu beschützen dass der ein bisschen energie sparen kann dann alle mal ein bisschen hoch setzen au trentin fehlt immer noch alle mal ein bisschen hoch setzen wie gesagt das richtet sich ja pull schlag technisch sieht man das immer schön richtet sich das ja hauptsächlich an dem tempo des feldes aus und nicht als genereller leistungsmaßstab so der kann natürlich auch mal dann mit 85 hier gechillt rumradeln so tempo ist heute irgendwie sehr sehr langsam ich habe keine ahnung warum scheinbar keine ausreißversuche großartig die chavanel haben wir trotzdem hier vorne in lauer stellung dass falls hier angriffe gehen können wir ihn vielleicht mit dranhängen allerdings die chance ab hier relativ schlecht da durchzukommen muss ich ganz offen sagen vielleicht ist das auch der grund warum kaum ausreißer heute abgehen ähm es wird relativ wenig bringen wir können ganz kurz auch noch mal ins class moore reingucken da gibt es ja die bergwertung da gibt es mit danielle martin bereits 51 punkte und felitz hat gerade mal 8 und hier auf der strecke sind heute ich glaube fünf zu vergeben also es ist nicht wirklich die welt die punkte spielen keine rolle nicht im geringsten und vielleicht ist das auch einer der gründe warum sich hier keiner auf den weg macht um hier mal angriffig zu versuchen ein paar pünktchen rein zu holen außerdem haben wir ja vorne auch schon das ein oder andere team was ja tempo macht beziehungsweise was eigentlich einfach nur da vorne rum fährt und ein bisschen leadet ähm um dann ausreißer gegebenenfalls wieder einzufangen das ist sogar trinkhoff also sprich ähm kontador sein team und er trägt ja bei uns das gelbe trikot in echt sieht es ja ein bisschen anders aus aber naja wir sind mal gespannt vielleicht drehen sich hier ja auch noch die verhältnisse um momentan ist kontador hier auf jeden fall die numero uno so tapstra darf sich mal auf den weg machen uns eine kleinigkeit zum trinken zu holen wie gesagt wir sind ja heute unterwegs hier mit so einem art mischmarschrad 45 ebene und oder 44 ebene und 45 berg damit wir eben über die hügel entsprechend gut drüber kommen und auch die ebene ganz gut bewältigen können oh man jetzt hängt er wieder hier fest das hasse ich wie die pest wisst ihr es gibt einfach touren wo ich dann zum beispiel versuche noch vorm berg zu verfliegen dass es eben nicht im berg passiert dann hängen die fahrer irgendwie fest und wenn sie dann durchkommen sind wir kurz vorm gipfel und die strampeln sich tot um nach vorne zu kommen also es ist nicht immer alles so au da geht einer hogaland und da vorne ist noch einer koppel wunderbar schön dass man das auch mal mitkriegen die frage ist macht sich das irgendwie bemerkbar braucht man das für irgendwas sechs punkte 13 punkte in der sprintwertung zeiten ewig weit zurück bringt uns relativ wenig ich glaube auch nicht dass die durchkommen da wird es schon früher angriffe geben ok jetzt geht es so jutsu oder sie und sky das ist ein kandidat wo ich dann mit einem chavanel mich doch mal dranhängen könnte sofern chavanel schafft aus dem feld raus zu fahren weil er hat es jetzt gigantischerweise wieder geschafft moment mal kevin dich nein chavanel jajajaja zu spät so also lassen wir chavanel jetzt dann doch mal ein bisschen führen weil wir den ausreißversuch verpufft haben auf gut deutsch gesagt machen wir jetzt tempo um den wieder einzufangen in der hoffnung dass er es nochmal versucht und wir dann dabei sein können ah nein jetzt gehen hier andere valverde geht hier schon was hat der denn vor bitte ach ne wanderwelt auch gott man ich habe wieder leseschwäche heute glaube ich so aber da hängen wir uns mit chavanel mal ran also schon brechen sie ab komm hängen wir uns ran brechen sie ab ich glaube es nicht also für unseren sprinter für cavendish machen wir jetzt hier ein bisschen tempo ich weiß nicht ob das wirklich sinn macht was ich da gerade tu aber so ist es meistens in dem spiel man weiß nicht ob das was man da macht hinten raus nicht als größte dummheit zu bezeichnen ist genau in diesem augenblick hat das feld zur ausreißergruppe aufgeschlossen das war die falsche taste ich wollte eigentlich nicht beschleunigen ich wollte bremsen so ich weiß nicht ob paulinho jetzt tempo macht in 31 kilometern ist nämlich erst der gute sprint also können wir tempo mal ein bisschen rausnehmen den pulsschlag mal nach unten schicken und hoffentlich wieder energien tanken komm chavanel pulsschlag runter jetzt das ist das problem wenn die nicht so wirklich fit sind dauert das ewig und regenerieren sie auch nicht so gut und dann hat er heute auch noch ein tages vorm tief wie es aussieht also alles bestens geeignet um ausreißversuch zu unternehmen nämlich überhaupt nicht also lassen wir den jetzt auch so ein bisschen für cavendish arbeiten mit dem wir dann zumindest hier diesen kleinen zwischensprint gewinnen wollen ganz gerne um 20 punkte wenigstens noch einzusacken ich bin da gerade am gucken es ist zum glück vor einem hügel also nicht im hügel oder nach dem hügel sondern vorm hügel so 20 kilometer noch bis zu dem zwischensprint ab 15 kilometer fangen wir an unsere leute zu sortieren so und pause so jetzt müssen wir mal gucken wie sieht denn das ganze aus erstmal brauchen wir jemanden der uns mal was zu trinken holt würde ich mal behaupten das könnte terpstra mal unternehmen schavanel hat sich mittlerweile wieder recht gut erholt den können wir mal positionieren und ähm stiegmanns und wo haben wir denn cavendish die können wir mal in der nähe von schavanel äh anordnen damit die mal aus dem feld raus kommen wenn sie es denn tun würden mal aus dem feld raus zu kommen tun sie aber nicht gut da müssen wir es anders angehen da müssen wir denen mal freie fahrt geben dass die mal versuchen hier aus dem feld raus zu kommen denn das ist immer der größte kampf hier ist aus dem feld raus zu kommen sondern sollen sich an ihm hier orientieren grob orientieren nicht zurückfallen an dem orientieren ach na wem erzähle ich's sieht aber gar nicht mal so schlecht aus was wir hier gerade tun und jetzt gibt es angriffe es darf doch nicht wahr sein warum will denn der jetzt angreifen man greift doch nicht an man wenn man schon mal einen sprint vorbereiten greift man doch nicht an hat er was geraucht jetzt müssen wir natürlich das tempo erhöhen jetzt sorgen einige fahrer endlich mal für bewegung für tempo an der spitze ach schnauze mollema kunigo sind alle mit dabei mollema ist doch relativ nah in der gesamtwertung dabei oh gott jetzt geben sie uns Arbeit jetzt können wir machen was wir wollen was macht der eigentlich der beschützt oh alter falter so fahr mal vor ich brauch dich so steegmanns mal an chavanel ran und kevin dich mal an steegmanns ran und jetzt ist chavanel dummerweise auf der anderen seite ich liebe es wenn ein plan funktioniert jetzt drücken wir uns alle hier durch so das war ein naja mittel guter versuch so jetzt kommt hoffentlich terpstra langsam mal vor und versorgt uns sonst sind wir mitten im sprint wenn der uns die flasche in die hand drücken will so 5000 meter entweder kriegt er jetzt was zu trinken oder das war es gibt ihm endlich die flasche verdammt wo ist kevin dich nicht dass die eingeklemmt sind die jungs hier ihr dürft euch ruhig ein bisschen weiter zurückfallen lassen hier ich liebe es wenn ich da rumklick guckt euch das mal an wie ich das mal auswählen kann beziehungsweise eigentlich hallo eigentlich das hier da dran und den mal zurückfallen lassen was macht der denn der soll sich zurückfallen lassen ich bin gerade am überlegen wie wir es am besten angehen ich kann mal sagen Steakmanns und Kevin dich auf 99 und Steakmanns hauen wir jetzt gleich hier raus nachdem wir chavanel mal auf 90 beschleunigen wohl 95 müsste normalerweise reichen damit die nicht völlig platt sind es geht ja hier nur im zwischensprint zwei kilometer so jetzt hier raus Steakmanns und sprint hallo und dann kann man Kevin dich was macht denn der Kevin dich soll doch hier dran ich hab dem doch gesagt er soll da dran bleiben dann ist er plötzlich auf ja Einsatz so jetzt kommt Kevin dich sprintet hier eigentlich noch irgendeiner hier kommt Sagan so Kevin dich Steakmanns Sagan hat es geschafft wie viel dazu werden dritter haben wir hier mal paar Pünktchen gut gemacht sag ich mal weil die anderen haben natürlich geklaut ist noch die Frage wie viel haben sie geklaut Kevin dich Steakmanns Sagan Trentin schade schade hätten wir noch zwei Punkte mehr klauen können da haben wir schon mal fünf Punkte gut gemacht das macht doch Sagan so Chavanel kann auch mal wieder ein bisschen runter kommen hier ja wir haben jetzt hier viel investiert eigentlich schon fast zu viel ich hoffe die können sich jetzt gleich noch ein bisschen erholen Trentin hat es ein bisschen cleverer angegangen so jetzt kommen dann gleich die Hügel so einen wirklichen Hügelfahrer haben wir nicht außer Chavanel und der ist jetzt gerade ein bisschen mitgenommen hier ich weiß nicht Tony Martin will ich auch nicht opfern das ist immerhin der Fahrer der noch am besten platziert ist von uns glaube ich zumindest bin mir jetzt nicht 100% sicher aber relativ gut platziert so Getränke haben wir dann geht es in die Hügel rein Chavanel radelt da was machen die denn die fahren alle hier einen Kuddel zusammen da bin ich noch zu schnell oder was ich will dass die Pulsschläge runter gehen ich will dass ich meine Fahrer erholen können ich will hier gar nicht hochbrechen wie ein Bekloppter wir könnten jetzt mit Felitz aber es ist noch 90 Kilometer bis ins Ziel der ist ja tot bis der im Ziel ankommt das ist natürlich das ist macht keinen Sinn das Tempo im Hauptfeld ist jetzt relativ gemächlich wahrscheinlich sparen die Fahrer ihre Kraft für später auf so in zwei Kilometern gibt es ja die Wertung Pino ist völlig platt sonst geht hier Vöckler Überlassen wir das Vöckler ich habe da nicht so wirklich Interesse mich in der Bergwertung da großartig mit zu involvieren wir hängen uns bei Chavanel ans Hinterrad so mit den Jungs hier da habe ich viel mehr Stress sage ich mal weil das sind natürlich schon Konkurrenten hier was das gelbe Trikot angeht und da ist Felitz momentan viel besser positioniert wie ein Molima oder Molima wie auch immer man das ausspricht und ein Kunigo allerdings ähm ja die Jungs sind natürlich schon ein bisschen bedrohlich für uns auch was Martin betrifft ich hoffe die haben es hier nur auf Bergpunkte abgesehen so jetzt gehen noch andere Garens da nochmal Molima okay da müssen wir wohl das Tempo ein klein wenig erhöhen mit Chavanel was macht eigentlich Martin der soll da dranbleiben ein bisschen beschleunigen wer greift denn da jetzt schon wieder an es ist aber auch ein Krampf hier dass die da immer angreifen wie die Bekloppten die 20 Punkte haben wir schon mal einfahren können das war schon mal ein wichtiger Schritt für uns die Frage ist äh ob es überhaupt einen Zielsprint gibt hier mit Sargan und Co oder ob da vorher jetzt Leute versuchen abzuhauen im Prinzip in der Ausreisergruppe hier vorne ist nur ein Favorit wie es aussieht derzeit drin ich muss mal genau gucken wer da drin ist Föckler Kunigo Garens Mo Molima Moser Moreno das sind eigentlich alles keine Leute die wirklich gefährlich wären in der Gesamtwertung also müssen wir uns eigentlich doch schon recht weit an dem gelben Trikot sozusagen orientieren und das fährt hier eigentlich können wir auch Chavanel ein bisschen Pause gönnen weil da vorne ist keiner der uns irgendwie tangiert der Abstand beträgt schon mehr als eine Minute der Ausreisversuch scheint heute Erfolg zu haben so und dann müssen wir uns auch mal Gedanken machen wie wir das mit der Versorgung machen hier den wir hier nach hinten schicken können um uns mit Getränken zu versorgen Pineau oder Pineau keine Ahnung wie man den ausspricht also Pino wohl doch nicht Pino Pino ja keine Ahnung also Pino heißt wird eigentlich Pinot geschrieben Pineau Pineau keine Ahnung also jedenfalls er ist böse angeschlagen den würde ich Ungarn nach hinten schicken was zu trinken zu holen wenn es dann danach in Berge geht jetzt machen die Jungs hier schon wieder ein bisschen mehr Pfeffer bergab Terpsra ist nicht so wirklich der Hügelfahrer ich glaube das machen wir dann wenn es dann über den Hügel drüber ist oben auf der Spitze schicken wir den los Getränke holen darüber müssten wir ja noch kommen so 3 Minuten 20 sind die mittlerweile vorne raus jetzt liegt nur noch knapp ein Drittel des Renns vor uns gleich sind wir mitten im Finale also Chavanella holt sich gut Chavanella ist gut dabei da vorne muss der absolute Punk abgehen hier hinten ist alles ruhig landschaftlich ja viel Wald viel Sonne brauchen wir uns auch nicht großartig drum kümmern so jetzt wo es hier runter geht da müssen wir mal einen schicken was zu trinken zu holen und ich habe da Terpsra auserkoren ich hoffe der lässt sich da jetzt nicht zu weit zurückfallen nicht dass er abreist okay wohl nur ein Helfer die Frage ist wo hier hinten ist einer gestürzt ach der ist schon wieder auf dem Rad der fährt schon wieder nach vorne wir verfolgen mal den guten Terpsra in der Hoffnung dass wir nicht sehen müssen wie wir ihn komplett verlieren jetzt komm jetzt hol mal was zu trinken füllen mal auf den Tank und fahren mal wieder vor es dauert immer ewig hier so jetzt hat er was und jetzt hoffe ich dass er auch gut nach vorne kommt jetzt geht es im Fahrerfeld richtig zur Sache aber allzu weit kann sich das Feld nicht mehr ausdehnen dann geht es nämlich richtig auseinander das Getränke holen ja das Getränke holen ist einfach eine Geschichte wo ich sage alter Schwede das dauert manchmal viel zu lang dann hängen die an falschen Stellen fest so jetzt haben wir aber doch ganz gut versorgt und ja die Ausreiser sind ewig weit weg und irgendwie hat keiner wirklich Interesse da die einzuholen Sprinter Teams auch nicht jetzt hängt Martin wieder fest das ist zum Beispiel auch sowas wer ist das? Movistar Movistar hat jetzt die Nase voll die haben ja auch gut platzierte so und bei uns muss Chavanel dran glauben der arme Kall der ist heute für Nachführarbeiten zuständig und Martin könnt sich mal hier vorne irgendwie in der Nähe von Kvartkowski einsortieren, anordnen wie auch immer man das Ganze nennen will so der hier dreht voll am Rad und kommt nicht hinterher weil die Jungs da mächtig Dampf geben dann soll er einfach mal Position halten wir müssen ja nicht die ganze Nachführarbeit machen sollen die mal was für tun nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreisversuch einverstanden das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen Kvartkowski ist auf Platz 3 die Frage ist, wer ist da auf Platz 2? gerade mal aufrufen hier ist Klasmoor das wird nämlich nur mal interessant das ist nämlich Pino hier hinten also rein theoretisch wo hatten wir ihn jetzt? hier, äh, ne man, eben hatte ich ihn doch noch da 3,43 zurück und unserer ist, äh Kliatkowski 3,48 zurück so, wenn wir da nochmal einen Angriff fahren könnte irgendwo könnte das Ganze Sinn machen aber es ist momentan also wenn ich mir das hier angucke ähm der beste Movistar, Mann ich verstehe es nicht T.J. van Garderen achso, Nachwuchswerdung äh, ja ich fliege es gerade nicht so ganz hier ich glaube, wir gucken besser hier rein aber das ist natürlich nicht das aktuelle Klasmoor das ist das Problem ähm das ist eine gute Frage also wir müssten langsam mal ein bisschen was unternehmen es ist nicht mehr so weit es sind 26 Kilometer noch bis ins Ziel ich hoffe nicht, dass die hier einen Massensprint wollen weil, äh da bin ich ganz ehrlich da haben wir keine Chance unsere Sprinter, die kommen wieder gescheit über die Hügel bei diesem Tempo ist kaum mit einer ernsthaften Attacke zu rechnen so, da schicken wir mal unsere Leute nach vorne die sollen hier mal ein bisschen Feuer machen und Martin soll sich mal da äh orientieren hier bei bei Felix in der Nähe ich hoffe, der schafft es mal irgendwie da langsam vorzufahren wobei, äh, in der Nähe von Contanto ist auch nicht verkehrt das Hauptfeld scheint dem Ausreißversuch ein Ende bereiten zu wollen es macht richtig Tempo und der Rückstand wird deutlich kleiner so, das ist gut, dass wir da jetzt nach vorne brechen also auch wir haben kein Interesse daran, dass ein anderer das gelbe Trikot übernimmt weil, äh, sofern wir es nicht sind sagen wir es mal so also müssen wir hier jetzt ein bisschen Feuer machen Kevin, ich, ist nicht wirklich fit also einen Massensprint will ich da eigentlich nicht haben äh, keine Ahnung der letzte Hügel, den, wir haben da auch schlechte Chancen also ich denke mal, dass das eher nochmal zu einem Angriff kommt gleich ja, wenn da zwei Hügel drin sind dann kommt es definitiv nochmal zu einem Angriff da müssen wir uns mal unsere Jungs suchen die dann angreifen können wie sieht es denn da vorne aus? die sind schon drin, oder was? ach du lieber Himmel, das wird doch nichts mehr das wird doch nichts mehr die zwei sollen mal Riegelchen nehmen und sollen mal richtig Dampf machen jetzt das Problem ist, äh, die anderen kommen jetzt in den Hügel wir sind noch in der Abfahrt wow, das wird, das wird eng eigentlich wollte ich hier angreifen jetzt jagen wir die Angreifer ein bisschen anders gelaufen, wie ich wollte ich bin hier immer noch am gucken jetzt sind wir im Hügel drin das wäre eigentlich jetzt ein guter Moment um zu sagen einstellen Kwiatkowski freie Fahrt Martin freie Fahrt Felix freie Fahrt 85 und schon kommt Rogers das nach vorne 5 km bis ins Ziel das ist nämlich jetzt das Problem jetzt sind die auf freie Fahrt jetzt fahren die uns mehr oder weniger davon wir müssten mit den dreien wie machen wir das? der soll angreifen der soll folgen und der soll dem folgen viel Energie hatten der noch nee das ist zu spät gut, also wir versuchen es wir versuchen es hier mit den dreien mal durchsortieren, dass wir die mal oben haben dass wir mal die Pulsschläge sehen wir kriegen die einfach nicht los wir kommen da nicht raus wir kriegen die nicht los wir können sie nicht abhängen ah man so 5000 Meter im Hauptfeld ist jemand gestürzt so Martin ach das wird nix 4 km die soll mal Riegel nehmen hier so Felix hat noch die meiste Energie weil der es geschafft hat nur zu folgen jetzt beginnt der Endspurt wer wird heute wohl als erster über die Ziellinie gehen? so und jetzt müssen wir aufpassen wir haben es geschafft ein bisschen wegzukommen glaube ich er hat sich das Rennen wirklich sehr klug eingeteilt ich bin gespannt die anderen scheinen schon im Ziel angekommen zu sein ja klar die sind schon drin so Martin ein Kilometer wie sieht es denn hinten aus? greift da jemand an? scheint nicht wirklich so zu sein so jetzt können wir Feltis noch sprinten lassen Feltis auch schon wieder und da läuft Zeit runter und da haben wir ein bisschen Zeit gut machen können hier nicht viel aber ich glaube ein bisschen Zeit konnten wir gut machen die Frage ist wer war in der ersten Gruppe und wie weit waren die vor uns? das ist somit das Hauptproblem ich habe da nämlich irgendwie ich mich wundert es dass Konterdor nicht angefangen hat anzugreifen ich vermute mal das liegt da dran dass er so viel Vorsprung hatte vor denen dass es nicht wirklich gefährlich ist so ganz ausgepumpt haben wir uns wohl auch nicht wenn ich sehe wie die Fitnessbalken wieder zurückkommen bin auf die Abrechnung gespannt ja Vöckler gewinnt und ist mal wieder schwarz die Frage ist wir sind 3 Minuten 48 sind wir später ins Ziel gekommen das kann ja böse ausgehen wo hat es uns denn dahin Vöckler 2 Minuten oh Gott wenn wir auf den 3 Minuten verloren haben na dann herzlichen Glückwunsch wie kann das sein dass Konterdor wenn er nach uns ins Ziel kommt dass wir auf den keine Zeit gut machen ich verstehe das nicht wir hatten doch einfach irgendwie ich weiß auch nicht wir werden uns das gleich nochmal angucken in der Übersicht ich klicke hier mal durch er hat sich vorbeigeschoben an Pinot das war schon mal das erste Ziel aber wir haben 3 Minuten 5 haben wir noch ja Rückstand Omega Pharma Quickstep ist in der Teamwertung auch auf Platz 2 vorgerückt Alter Falter was eine Etappe wir haben es geschafft hier oh Gott eine Minute gut zu machen ja so weit weg sind wir gar nicht mehr hier 2,47 3 Minuten 4 3 Minuten 26 also wir haben uns in der Gesamtwertung wieder ein Stückchen nach vorne arbeiten können das ist nicht verkehrt gut Kunigo da waren einige dabei die uns bös Schmerzen zufügen konnten und wir waren dummerweise nicht dabei naja gut kommt vor ist halt so in der Bergwertung bin ich immer nicht mit in der Punktwertung haben wir es geschafft ein bisschen wieder ranzukommen denke ich aber allerdings nicht so arg viel 15 Punkte hat er gesammelt 20 wir also sind mal 5 Punkte rangekommen mühsam näht sich das Eichhörnchen und der Jungfahrerwertung da sind wir 3 Minuten hinter TJ van Garderen zurück ja das ist natürlich also sollte der nicht ausfallen ähm sehe ich hier schwarz ähm in der richtigen Tour hat er ja momentan so ein bisschen Formschwäche da geht ja nicht wirklich was das Glück haben wir hier leider nicht so die nächste Etappe das gibt der Oberknaller weil im Prinzip hier geht es einfach nur am Schluss hoch und zwar richtig hoch deshalb gibt es hier auch kräftig Bergpunkte und zwar 25 um genau zu sein weil das ist ein richtiger Berg am Ende eine Steigung oder so können wir hier gerade nicht sehen aber einfach wird das nicht hier mit unseren drei Leuten uns hoch zu arbeiten in der Hoffnung keine Zeit zu verlieren und im besten Fall sogar noch Zeit gut zu machen das gibt eine Aktion da bin ich mal drauf gespannt ob wir das schaffen ich glaube da gehen wir am besten hin und stellen denen einen Rhythmus ein und lassen die von unten nach oben fahren in einem Rhythmus egal was andere machen in der Hoffnung dass die anderen sich verausgaben und wir die kurz vor der Ziellinie wieder einholen aber das ist natürlich ein Wunschtraum wo ich keine Ahnung habe ob der in Erfüllung geht und wie viel Zeit wir hier am Schluss verlieren das sehen wir dann in der nächsten Folge wenn es wieder heißt Nick Freizockt Radsportmanager 2013 mit der Etappe Nummer 15 der Tour de France bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube noch viel Spaß mit meinen anderen Videos macht's gut bye bye